UNTERTITELUNG Hallo, Servus, heute sind wir auf der Zuhör-Tour in Martersburg. Die Zuhör-Tour ist eine Aktion von Christian Sagatz, der PPT-Partei-Aufmann, Landtagstab Görnander. Und wir haben uns vorgenommen für den heurigen Herbst. Wir wollen zu den Leuten gehen, in jeder Gemeinde eine Aktion machen und wissen, wo drückt der Schuh, wo können wir besser werden und wo sollen wir Akzente setzen. Darum heute die Zuhör-Tour, der Startschuss heute in Martersburg. Und wir sind gerade am Anfang vom Fest und es geht so richtig schön los. Ich nehme die Mädchen mit dem Sitz. Wollen wir nach Hause? Hauen wir. Ich bin der Maurin, den war bei der Dama von Stütz. Die Dame kennen ja. Ja. U.S. Das ist nicht der Hauser. Ich hab zwei der Grüggenste aus dem Pryst. Ich würde es immer gerne changemourgen. Gibt's weder? Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!